Hallo, ich wollte mich nach den Deutschkursen im Herbst erkundigen. Ab wann kann man sich denn anmelden? Nach der Sommerpause, also ab dem 1. September. Da unsere Kurse sehr schnell ausgebucht sind, empfehle ich Ihnen, während der Ferien bereits zu unserem Teilnehmerservice zu gehen. Dort können wir feststellen, welcher Kurs für Sie der richtige ist. Sie richtig einstufen und für Sie einen Platz reservieren. Die Anmeldung über das Internet ist also nicht möglich? Für Sprachkurse leider nicht. Da müssen Sie sich, wie gesagt, beraten lassen. Kommen Sie doch einfach vorbei. Immer montags und mittwochs zwischen 13 und 16 Uhr. Hallo Ilona. Sag mal, wie war denn dein Vorstellungsgespräch? Mein Vorstellungsgespräch? Super. Du, ich habe die Stelle bekommen. Und wie wird deine Arbeit aussehen? Bau & Co. ist ein großes Architektenbüro mit Zweigstellen in vielen Städten. Ich denke, ich kann viele Projekte alleine übernehmen und sehr kreativ mit Kunden arbeiten. Das finde ich ganz toll. Und die Arbeitszeiten? Ja, darüber müssen wir noch sprechen. Ich soll auch oft auf Dienstreise. Dagegen habe ich nichts. Es ist nur noch nicht klar, wie dann mögliche Überstunden ausgeglichen werden. Durch einen Bonus oder durch Freizeitausgleich. Was hältst du eigentlich von den sozialen Netzwerken? Ein Leben ohne kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich kann so mit sehr vielen Leuten in Kontakt bleiben. Ich finde wirkliche Kommunikation besser. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn unsere Unigruppe Termine macht, wäre das total umständlich, jeden Einzelnen anrufen zu müssen. Aber das ginge ja auch über E-Mails. Weißt du, ich sehe das große Problem überall im Netz. Dass man viel zu leichtsinnig Informationen über sich preisgibt, ohne nachzudenken. Das stimmt. Man muss lernen, wie man mit diesen Angaben umgeht. Was bestellen wir? Ich hoffe, ich finde etwas. Ich ernähre mich nämlich seit letztem Monat vegan. Und viele Leute, die ich kenne, machen das inzwischen auch. Ich kann nicht mehr ansehen, wie Tiere misshandelt werden. Und ich finde es nur konsequent, wenn man vollkommen auf tierische Produkte verzichtet. Es ist natürlich nicht einfach, seine Ernährung umzustellen. Aber ich will es unbedingt versuchen. Bestimmt ist das auch gut für meine Gesundheit. Wenig Fleisch finde ich auch wichtig. Aber ganz darauf zu verzichten? Ich weiß nicht. Aber schauen wir uns mal die Speisekarte an. Liebe Hörerinnen und Hörer. Hören Sie in unserem Kulturreport gleich einen Bericht zum European Song Contest. Dem europäischen Liederwettbewerb, der wieder nächsten Samstagabend stattfindet. Ob es allerdings gelingen wird, an den Erfolg von 2010 anzuknüpfen? Als Deutschland mit dem Song Satellite, gesungen von Lena Meyer-Landrud, den Wettbewerb gewann, steht in den Sternen. Erneut werden mehr als 150 Millionen Zuschauer weltweit die Show an ihren Bildschirmen verfolgen. Auch in Deutschland wird es wieder bundesweit ESC-Partys geben. Die größte Party in Hamburg wird auf der Reeperbahn stattfinden. Auch dieses Jahr bei kostenlosem Eintritt. Unser nächstes Thema in der Wirtschaftswoche. Die Deutsche Bahn will etwas gegen Verspätungen unternehmen. So soll an den zahlreichen Baustellen jetzt hauptsächlich nachts gearbeitet werden. Außerdem sollen spezielle Mitarbeiter eingestellt werden, um die Ursachen für die Verspätungen genau zu erforschen, aufzulisten und zu systematisieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können dazu führen, dass Fahrplankorrekturen vorgenommen werden, die zur Lösung des Problems beitragen. Ich begrüße heute Herrn Dr. Jens Ullrichs, Wirtschaftswissenschaftler am Institut für ökonomische Forschungen in Bremen. Nachdem die Europäische Zentralbank den 500-Euro-Schein abgeschafft hat, wird wieder viel über die Frage diskutiert, ob man überhaupt noch Bargeld braucht. Herr Ullrichs, Sie haben eine Umfrage gemacht? Ja, wir haben Haushalte befragt, ob sie sich eine bargeldlose Welt vorstellen könnten. Nur 10% waren dafür. 60% wollten weiter beide Möglichkeiten haben, also sowohl bar als auch mit Karte bzw. Smartphone zahlen. Aber immerhin 30% gaben an, dass sie prinzipiell bar bezahlen und das auch nicht ändern möchten. Was ist denn der Grund dafür, dass hier das Bargeld so beliebt ist? Ich glaube, Münzen und die ja oft sehr schönen Geldscheine haben einen großen emotionalen Wert. Das fängt schon bei der Tradition des Sparschweins an, anhand dessen Kinder lernen sollen, Geld zu sparen. Viel wichtiger ist aber ein tiefes Misstrauen gegenüber den Befürwortern einer bargeldlosen Gesellschaft. Wenn alle Zahlungen digital erfolgen, kann jede Geldbewegung kontrolliert werden. Der Einzelne wird zum gläsernen Konsumenten. Und welche Argumente gegen das Bargeld stehen dem gegenüber? In erster Linie die Bekämpfung der Kriminalität. Wenn alle Geldflüsse digitalisiert sind, könnte sie besser kontrolliert werden. Das verhindert zum Beispiel Geldwäsche, aber auch Schwarzarbeit. Und auch die Straßenkriminalität, wie zum Beispiel Überfälle auf Bus- und Taxifahrer, könnte zurückgedrängt werden. Polizei und Zoll hätten dann viel weniger zu tun und könnten sich anderen Aufgaben widmen. Und Kosten würden gespart. Kosten für die Herstellung, die Beförderung und die Lagerung des Bargelds. Was meinen Sie, wie wird die Zukunft aussehen? Glauben Sie, dass es irgendwann keine Münzen oder Geldscheine mehr geben wird? Ich bin kein Prophet. Aber ich denke, dass immer weniger Bar bezahlt werden wird. Auch in Deutschland. Der Anteil der Online-Käufe, auch der mit Smartphone-Apps, nimmt mit großer Geschwindigkeit zu und wird als bequeme Alternative zum Kauf mit Bargeld immer mehr akzeptiert, auch wenn die Sicherheit dieser Zahlungsart noch an vielen Punkten verbessert werden muss. Das hätte vor 20 Jahren niemand für möglich gehalten. Wir brauchen aber Zeit, unsere Gewohnheiten zu ändern. Oft haben wir das Gefühl, dass die Digitalisierung zu schnell geht. Ich denke, es geht bei dieser Diskussion weniger um das Bargeld, sondern um die Folgen der Digitalisierung in allen Bereichen unseres Lebens. Denn schauen Sie in die Geschichte. Was ist Geld? Geld ist nicht mehr als ein Tauschmittel. Es hatte nicht immer die Form von Münzen oder Geldscheinen. Und es kann seine Form von Münze oder Geldschein auch wieder verlieren. Wenn durch die Digitalisierung das Bargeld nicht mehr existieren sollte, werden vielleicht neue Wege des Handels entstehen, ohne Geld. Der Mensch hat viel Fantasie. Herzlichen Dank, Herr Ulrichs, für dieses interessante Gespräch. Schön, dass Sie eingeschaltet haben auf Radio 60.6 zu unserem Gesundheitsmagazin. Heute geht es wieder einmal um das Thema Stress am Arbeitsplatz. Fast jeder zweite Arbeitnehmer klagt heute über die kontinuierlich steigenden Anforderungen bei der Arbeit. Wir alle wissen, Stress macht krank. Darüber möchte ich mit Frau Krenz, freiberuflich tätig als Stressberaterin, und Herrn Moosbach, Arbeitnehmer bei der HOMA KG, und dort auch Betriebsratsmitglied reden. Frau Krenz, zuerst einmal, was machen Sie als Stressberaterin? Nun, ich bin Sozialarbeiterin und habe mich in einer Zusatzausbildung auf das Gebiet der Stressbewältigung spezialisiert. Heute arbeite ich in verschiedenen Firmen und führe dort Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich gestresst fühlen. Damit die Mitarbeiter durch Stress nicht krank werden, versuche ich Tipps zu geben, wie man Stress reduzieren oder vielleicht ganz ohne Stress leben kann. Herr Moosbach, wie ist das bei Ihnen im Betrieb? Auch bei uns ist Stress am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema. Aber es hat sich viel geändert. Inzwischen hat auch die Geschäftsleitung erkannt, dass zu viel Stress zu immer mehr Krankheitstagen führt und dass das ganze Unternehmen darunter leidet, wenn man dagegen nichts unternimmt. Nun, ich glaube schon, dass sich hier einiges geändert hat. Wir wissen doch inzwischen alle, wozu Stress führen kann. Das ist richtig. Aber wir haben auch viel dafür getan, dass Stress als Problem erkannt wurde und dass die Geschäftsführung davon überzeugt werden konnte, dass Maßnahmen im Vorfeld entscheidend sind. Auf unsere Initiative werden inzwischen regelmäßig von der Geschäftsführung Mitarbeitergespräche abgehalten, um festzustellen, in welchen Abteilungen die Belastung für die Mitarbeiter zu hoch ist, aber auch, wo mit einer zu hohen Belastung zu rechnen ist, wenn man vorher nichts unternimmt. Und wir versuchen, Lösungsmöglichkeiten zu finden. Wie können Lösungsmöglichkeiten konkret aussehen? Die allgemeinen Ratschläge zum Stressabbau, wie sich als Ausgleich für Stress in der Freizeit bewegen, Sport machen, Entspannungsübungen und so weiter sind ja heute hinreichend bekannt. Richtig. Ratschläge bleiben folgenlos, wenn man nichts damit macht. Und um sie zu befolgen, muss man klare Angebote machen, dort, wo der Stress entsteht, also im Betrieb. Wir haben dafür gekämpft, dass es bei uns neben den Besprechungsrunden, von denen ich gerade berichtet habe, verschiedene betriebliche Angebote gibt. Durch Zusammenarbeit mit der Krankenkasse haben wir jetzt Angebote für Bewegungsseminare, Entspannungs- und Fitnesskurse. In der Politik und vor allem seitens der Gewerkschaften wird ja immer wieder ein Antistressgesetz gefordert. Wäre das eine Lösung? Die Experten sind sich in diesem Punkt überhaupt noch nicht einig. Welche Regelungen sollten verbindlich vorgeschrieben werden? Und wer würde die Einhaltung dieser Regelungen kontrollieren? Und wie? Ich finde, es ist schon viel erreicht, wenn die bestehenden Vorschriften zum Arbeitsschutz konsequent eingehalten werden. Aber wenn man zum Beispiel verbindliche Mitarbeitergespräche vorschreiben würde, Gespräche, bei denen die Arbeitsbedingungen, die Belastungen der Mitarbeiter usw. diskutiert werden? Aus meiner Praxis kann ich nur sagen, dass ich es als Aufgabe der einzelnen Betriebsräte sehe, dieses durchzusetzen. Wenn das dann durch Regelungen unterstützt werden würde, warum nicht? Liebe Studiogäste, wir müssen leider zum Ende kommen. In einer weiteren Gesprächsrunde können wir ja diesen Punkt noch weiter vertiefen und Befürworter und Gegner eines Antistressgesetzes ins Studio einladen. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Vortrag zum Thema Prüfungsängste überwinden. Mein Name ist Georg Lohmann von der Universität Köln. Zuerst einmal, was sind Prüfungen? Es sind Ausnahmesituationen. Die meisten von uns sind vor und auch während der Prüfung nervös. Das kann durchaus sinnvoll sein. Durch diese Anspannung wird man oft konzentrierter und aufmerksamer. In dem Augenblick, in dem die Nervosität allerdings zur Angst wird, kann sie zu Blockaden führen. Was kann man dagegen tun? Wie kann man das vermeiden? Um sich zielgerichtet auf eine Prüfung vorzubereiten, sollten Sie zuerst einmal schauen, was in der Prüfung von Ihnen verlangt wird. Arbeiten Sie Prüfungsmodelle durch? Machen Sie sich Notizen? Was wird verlangt? Und vor allen Dingen, was wird nicht von Ihnen verlangt? Was können Sie gut? Womit haben Sie Schwierigkeiten? Und mit welcher Methode lernen Sie am besten? Auswendig lernen kann in bestimmten Situationen helfen, sich abfragbares Wissen anzueignen. Diese Methode kann Stress minimieren. Sie ersetzt aber nicht das Erkennen von Zusammenhängen. Sinnvoll ist es, einen Arbeitsplan zu erstellen. Üben Sie die Prüfungsteile, mit denen Sie große Probleme haben, mehrmals. Zu einem Arbeitsplan gehört auch ein Zeitplan. Wie Sie Ihre Arbeitsphasen auch einteilen, machen Sie immer wieder Pausen. Nach 90 Minuten eine kleine Pause und nach längeren Lernphasen eine längere Pause. Natürlich ist die Konzentration bei jedem anders. Allgemein kann man aber sagen, dass den ganzen Tag zu Lernen von 8 bis 18 Uhr zu nichts führt. Irgendwann kann der Kopf nichts mehr aufnehmen. Vergessen Sie nicht, während der Arbeitsphasen Ruhe- und Entspannungsphasen einzuplanen. In den längeren Pausen sollten Sie etwas ganz anderes machen. Freunde treffen, Sport, Fernsehen, etwas, das Ihnen Spaß macht. Sind Sie morgens aktiv, wird der Zeitplan anders aussehen, als wenn Sie lieber nachmittags und abends arbeiten. Sie selbst wissen am besten, zu welcher Tageszeit Sie am besten lernen und sich konzentrieren können. Die äußeren Gegebenheiten müssen stimmen. Wenn Sie das Gefühl haben, zu Hause zu sehr abgelenkt zu werden, suchen Sie einen anderen Ort, zum Beispiel die Bibliothek, auf. Oft ist es nicht einfach, Ablenkungen als solche zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Um konzentriert zu arbeiten, brauchen Sie auf jeden Fall Ruhe. Das heißt auch, alle Einflüsse von außen zu minimieren. Und das bedeutet auch, das Smartphone auszuschalten und nicht erreichbar zu sein. Wenn Sie trotz guter Vorbereitung immer noch ein schlechtes Gefühl haben, können Atem- und Entspannungsübungen helfen, leichter Sport und Bewegungsübungen, durch die Sie eine innere Ruhe finden. Das heißt jetzt bestimmt nicht, dass man sich durch stundenlanges Joggen abreagieren soll, wie der Sohn eines Bekannten von mir es regelmäßig vor Prüfungssituationen macht. Ihm geht es vielleicht gut dabei, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist die innere Einstellung ganz wichtig. Was soll denn schon passieren? Gibt es wirklich einen Grund, Angst zu haben? Wichtig ist, die Nacht vor der Prüfung gut zu schlafen und danach ausgeruht zu sein. Also am Abend vor der Prüfung nichts mehr lernen, sondern etwas ganz anderes machen. Etwas Schönes. Etwas, das Freude macht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sag mal, kommst du mit zu der langen Campusnacht am Samstag? Ja, unbedingt. Das letzte Mal habe ich es versäumt, hinzugehen. Ich lese mal aus dem Programm vor. Am Samstag laden die Studierenden der Naturwissenschaften zu einer langen Campusnacht ein. Die ganze Nacht erläutern sie Phänomene aus dem Alltag. Im Physikalischen Institut kann man zum Beispiel erfahren, wie ein Teilchenbeschleuniger funktioniert. Weiter gibt es Live-Musik, Essen und Trinken, Vorträge. Und man kann mit vielen Sachen experimentieren. Auch Kinder. Der Eintritt ist frei. Jeder kann kommen. Guten Tag. Gibt es hier im Nachbarschaftshaus wieder eine Theatergruppe? Ja, das haben wir geplant. Wir brauchen aber zehn Teilnehmer. Im Moment haben wir erst fünf Anmeldungen. Könnten Sie mich dann auf die Liste der Interessenten setzen? Gerne. Und wann wären die Termine? An sechs Wochenenden. Wann genau, darüber soll die Gruppe bei einem ersten Treffen am 15. Juli um 14 Uhr gemeinsam entscheiden. An diesem Tag sehen wir auch, wie es weitergeht. Gut. Dann komme ich am 15. Juli vorbei. Mich regt es unglaublich auf, dass so viel Essen weggeworfen wird. Stimmt. Aber dagegen gibt es jetzt eine App, die man ganz leicht herunterladen kann. Mit dieser App bieten Supermärkte die Lebensmittel, die sie nicht verkauft haben, an. Und man kann sie für wenig Geld kaufen. Man zahlt online. Das kann natürlich ein Problem für Menschen sein, die wirklich bedürftig sind und vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, online zu zahlen. Aber die Idee, übrig gebliebene Lebensmittel zu verwerten, ist gut. Arbeitsmarkt aktuell. In Deutschland gibt es immer mehr Berufspendler. Ungefähr die Hälfte aller Beschäftigten arbeitet nicht mehr an ihrem Wohnort. Neben der Tatsache, dass man bezahlbaren Wohnraum häufig nicht mehr dort, wo man arbeitet, finden kann, liegt eine wichtige Ursache darin, und dass von Arbeitnehmern immer mehr Flexibilität verlangt wird. Andererseits sind die Jobs heute nicht mehr so sicher, dass ein Umzug gerechtfertigt wäre. Das gilt vor allem für Familienmitglieder, die nach einem Umzug oft keinen Arbeitsplatz finden, was zu finanziellen Problemen führen kann. Ich heiße Claudia Fuchs und arbeite in einer Sprachschule bei der Beratung für Fremdsprachen. Früher habe ich auch Kurse gegeben, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Diese Erfahrungen aus der Praxis helfen mir bei meiner Tätigkeit. Was mir gefällt, ist der Kontakt zum Menschen und auch, dass ich ihnen helfen kann, den für sie richtigen Kurs zu finden. Weniger angenehm sind die Arbeitsbedingungen. Ich bin oft allein und schaffe die Arbeit kaum und die Leute werden nervös, weil sie manchmal sehr lange warten müssen. Hallo Laura, du wirkst etwas genervt. Was ist los? Ach, weißt du, bei mir auf der Arbeit läuft die ganze Zeit Musik. Und was für eine. Unser Chef schaltet morgens das Radio an und es läuft den ganzen Tag. Es stört einfach. Und es lenkt mich von der Arbeit ab. Das Problem ist, dass meine Kolleginnen das gut finden. Es würde die Motivation steigern. Ich habe das auch mit ihnen besprochen. Dann war einen Tag lang Ruhe. Aber gestern ging es wieder los. Das muss sich ändern. Sonst werde ich krank. Ich begrüße heute den Zukunftsforscher Herrn Arik Dromi, um mit ihm über die Zukunft des Autos zu sprechen. Herr Dromi, fahren bald alle Autos selbstständig? Nein, ich glaube persönlich sogar, eher wird es fliegende Autos geben, als dass der Verkehr jedenfalls in den Städten auf autonome Autos umgestellt wird. Denn die selbstfahrenden Autos erfordern ein gigantisches, kostenintensives Infrastrukturprojekt, bis zu dessen Verwirklichung noch sehr viel Zeit vergehen wird. Warum das? Weil diese Autos nicht dieselbe Fahrbahn wie andere Verkehrsteilnehmer benutzen sollten. Sie brauchen ein eigenes Straßensystem, wo es weder Fußgänger noch herkömmlich gesteuerte Autos gibt. Was soll schlecht daran sein, dass Fußgänger und Autos auf derselben Straße unterwegs sind? Das beruhigt den Verkehr, belebt die Innenstadt. Würde aber auch dazu führen, dass die Unfallgefahr steigt. Ja, klingt paradox. Schauen Sie, in Schweden, wo ich wohne, sind die Fußgänger die übelsten Verkehrsrüpel. Schon jetzt hält sich kaum jemand an Zebrastreifen oder wartet an der Ampel auf Grün, um die Straße zu überqueren. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn alle Fußgänger wissen, dass die Autos auf jeden Fall von selbst bremsen werden, sobald jemand auch nur einen Fuß auf die Straße setzt. Jeder macht, was er will, keiner hält sich mehr an Regeln. Und das ist das zweite große Problem. Damit sich selbstfahrende Autos wirklich lohnen, darf es keine Alternative dazu mehr geben. Mischformen funktionieren vielleicht auf der Landstraße und auf der Autobahn. Aber nicht in der Stadt. Denn treffen die informationsverarbeitenden Systeme auf die Fahrfehler der selbstfahrenden Menschen, auf die Unaufmerksamkeiten und Regelbrüche menschlicher Fahrer, bremsen sie konsequent ab, damit es bloß keinen Unfall gibt. Das setzt sich dann unendlich fort, bis die Stadt komplett lahmliegt. Das endet im Verkehrsinfarkt. Aber fliegende Autos? Das ist doch noch unwahrscheinlicher. Das würde ich nicht sagen. Wir müssen diese Fluggeräte nur ein bisschen anders nennen. Und schon ist das keine ferne Zukunftsmusik mehr. Es wird schon an Fluggeräten, Drohnen, für den Personenverkehr gearbeitet. Zum Beispiel an fliegenden Taxis. Das sind doch autonom fliegende Autos. Sie haben zwei enorme Vorteile gegenüber autonom fahrenden Autos auf der Straße. Erstens sind wir es von Flugzeugen schon länger gewohnt, dass sie vom Autopiloten gesteuert werden. Und zweitens müssen für sie keine neuen Straßen gebaut werden. Sie fliegen ja in der Luft. Wird es nicht viele Unfälle geben, wenn der Himmel voller Drohnen ist? Nur, wenn es keine vernünftige, überprüfbare Regulierung gibt. Wir brauchen ein gemeinsames Steuerungssystem, an das sich alle Hersteller halten. Das gilt für fliegende Autos genauso wie für selbstfahrende Autos auf den Straßen. Herr Dromi, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Talk Radio 55.5 bei unserer Sendereihe Mensch und Tier. Gerade in der jetzt anbrechenden Urlaubszeit stellt sich wieder für viele Besitzer von Haustieren die Frage, was machen wir mit unserem Hund, unserer Katze im Urlaub? Mein erster Gast im Studio ist Jens Richter vom Tierschutzbund Mitte. Sie haben einen Hund? Ja, ich liebe Tiere. Mein Hund und meine beiden Katzen möchte ich nicht missen. Und neben mir sitzt auch Sabine Ohlsen, Studentin. Ja, hallo. Ich hatte früher auch einen Hund. Heute habe ich mich entschieden, kein Tier mehr anzuschaffen. Es würde zeitlich nicht gehen. Ich muss von früh bis spät an der Uni sein und könnte den Hund nicht in die Vorlesungen und Seminare mitnehmen. Lassen wir uns die Diskussion etwas strukturieren. Bevor wir über Tiere im Urlaub reden, vielleicht zuerst einmal die Frage, weshalb überhaupt Haustiere? Es gibt bestimmt viele Millionen Haustiere in Deutschland. Das stimmt. Nach der Statistik gibt es ungefähr 30 Millionen Haustiere, in erster Linie Katzen und Hunde. Wir hatten zu Hause immer Tiere. Für uns Kinder war es toll, ein Tier zu haben. Wenn wir traurig waren, spendete unsere Katze Trost. Wenn es mir schlecht ging, hat mich ihr Schnurren immer beruhigt. Und es ging mir schnell besser. Ja, gerade für Kinder ist ein Tier auch unter pädagogischem Aspekt wichtig. Lernen sie durch Tiere doch Verantwortung zu übernehmen. Wenn man sich für ein Tier entscheidet, wird dies zum Familienmitglied. Man muss sich Zeit nehmen, sich auch um das Tier kümmern, wenn es krank und alt wird. Das heißt aber auch, die Entscheidung für ein Tier muss eine bewusste Entscheidung sein. Und man kann dann auch nicht mehr so leicht in den Urlaub fahren, wie wenn man keine Tiere hat. Wobei wir beim Thema wären. Bei uns haben sich immer liebe Nachbarn um die Tiere gekümmert, wenn wir weg waren. Vor allem um unsere Katzen. Die kann man nicht mitnehmen. Auf jeden Fall braucht ein Tier einen Tierausweis. Den kann der Tierarzt ausstellen. Das Tier muss geimpft werden, zum Beispiel gegen Tollwut. Es bekommt einen Chip und so weiter. Am besten informiert man sich im Internet, zum Beispiel auf www.tierschutzbund.de über die Einreisebestimmungen für Haustiere in dem jeweiligen Land. Viel wichtiger als die offiziellen Bestimmungen finde ich allerdings die Frage, ob ein Tier eine Reise wirklich gut vertragen kann. Denn ein Haustier sollte man nicht anders behandeln als ein Mitglied der Familie. Ganz schlimm ist es, wenn Tiere in dem Moment, wo sie zur Last werden, abgegeben oder ausgesetzt werden. Ein Tier ist kein Spielzeug, keine Sache, die man kauft und wieder wegwirft. Da sind wir bei einem anderen Punkt. Wird das Tier denn immer noch vom Gesetz her als eine Sache angesehen? Ich denke, dass sich da einiges zum Positiven gewendet hat. Das ist kompliziert. Es gibt zwar seit längerer Zeit im bürgerlichen Gesetzbuch einen neuen Paragrafen, in dem es heißt, dass Tiere keine Sachen sind. Auf der anderen Seite wird aber im Strafgesetzbuch immer noch von Tieren und anderen Sachen gesprochen. Ich bin kein Jurist, aber die Regelungen sind überhaupt nicht eindeutig. Liebe Studiogäste, wir müssen leider zum Ende kommen. In einer weiteren Gesprächsrunde können wir ja diesen Punkt noch weiter mit Experten diskutieren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem kleinen Vortrag im Rahmen des Weltglückstages. Mein Name ist Ludwig Hölzer von der Universität Hannover. Ja, heute am 20. März ist Weltglückstag. Mit dem Ausrufen eines Weltglückstages wollten die Vereinten Nationen bewirken, dass Staaten nicht nur den ökonomischen Wohlstand messen, um den Reichtum einer Gesellschaft festzustellen, sondern hier ganz andere Wege gehen. Was ist nun Glück? Die Glücksforschung nennt hier viele Faktoren, wie stabile Beziehungen, Freundschaften, Gesundheit, einen befriedigenden Beruf, aber auch, dass finanzielle Reichtum nicht unbedingt mit einem nachhaltigen Glückszustand einhergehen muss. Ich möchte heute auch weniger auf diese philosophische Diskussion, was Glück eigentlich ausmacht, eingehen, ist diese Fragestellung doch eine sehr individuelle. Ich möchte vielmehr einige Denkanstöße zu der Fragestellung geben, wie man gesellschaftlichen Reichtum anders bemessen kann, als es bisher geschieht. Die Politik nimmt hierfür das Wirtschaftswachstum. Dieser Index als Kennziffer für gesellschaftlichen Wohlstand reicht aber nicht nur nicht aus. Er führt auch zu Fehlinterpretationen, gerade wenn man sich die aktuellen ökonomischen und ökologischen Krisen vor Augen hält. So führen Kosten zur Behebung von Umweltschäden zum Beispiel zu ökonomischem Wachstum. Die Schäden, die zu diesem Wachstum geführt haben, werden jedoch nicht gemessen. Dazu kommt, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Das ist eine Kritik, die nicht neu ist, die aber noch nicht zu einem wirklichen Umdenken in der herrschenden Wirtschaftspolitik geführt hat. Ohne radikale Veränderungen wird das nicht gehen. Vergessen wir nicht, dass bereits 1972 eine Studie des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums weltweit erschien, die bereits nachwies, dass wir alle nicht so weiterwirtschaften können wie bisher. Die gewonnenen Daten und Ergebnisse dieser Studie sind aber nach wie vor aktuell. Aber zurück zu unserem Thema. Wie könnte nun ein neuer Wohlfahrtsindex aussehen? Damit möchte ich auch auf unsere Ausgangsfragestellung zurückkommen, wie man Glück eigentlich messen kann. Gehen wir nach Bhutan, dem kleinen Himalaya-Staat, der einen nationalen Glücksindex entwickelt hat. Nach der Lehre, dass das Streben nach immer mehr Gewinn und immer mehr Konsum für unseren Planeten verhängnisvoll sein wird und das immer mehr Haben nicht dazu führt, dass die Menschen immer zufriedener und glücklicher werden, wurde ein neuer Index entwickelt. In diesem Index spielen subjektive Faktoren des Glücksempfindens genauso eine Rolle wie die objektiven. Der Lebensstandard bleibt ein wichtiges Kriterium. Daneben werden auch soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Erziehung, Kultur und Umwelt in den Index mit einbezogen. Auch wenn bei diesem Konzept die buddhistische Denkweise eine große Rolle gespielt hat, die ganzheitliche Sichtweise und die Berücksichtigung verschiedenster Faktoren für einen Wohlfahrtsindikator sind durchaus auch auf Deutschland übertragbar. Und auch hier wird inzwischen vom Umweltbundesamt ein nationaler Wohlfahrtsindex entwickelt, in dem Größen wie Umweltbelastung, aber auch positive Größen, wie zum Beispiel der Wert unbezahlter Hausarbeit berücksichtigt werden. Leider bin ich mir gar nicht sicher, ob sich dieser neue Wohlfahrts- oder sagen wir Glücksindex durchsetzen kann und den bestehenden Wachstumsindex als alles beherrschende Richtschnur ablöst. Es fehlt die Vergleichbarkeit mit den Daten anderer Volkswirtschaften. Hieran müsste international gearbeitet werden. Hi Anja, ich habe gerade unseren Strandurlaub im Reisebüro hier an der Ecke gebucht. Im Reisebüro? Warum nicht online? Das geht doch viel schneller, ist praktischer und billiger. Praktischer stimmt. Ich habe die letzten Jahre ja immer online gebucht. Im Reisebüro bekommst du aber eine Beratung. Du nimmst dir einfach mehr Zeit. Bei einer Online-Buchung klickt man zu schnell und kann seine Buchung dann in der Regel nicht mehr rückgängig machen. Außerdem finde ich es wichtig, Reisebüros im Stadtteil zu unterstützen. Und jetzt unsere Wirtschaftsnachrichten. Die Wirtschaft boomt weiter. Zum ersten Mal seit vielen Jahren gab es im letzten Halbjahr bei den Tariflöhnen der Beschäftigten eine Zunahme. Trotz leicht steigender Inflation stiegen sie stärker als die Verbraucherpreise. Vertreter der Bundesregierung erwarten sogar, dass in den nächsten Jahren Vollbeschäftigung erreicht werden kann. Auch wenn Kommentatoren diese Ankündigung als Wahlkampfrhetorik bewerten, ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt im europäischen Vergleich bei einer Arbeitslosenquote von ca. 6% immer noch sehr positiv. Hallo Jens, machst du auch beim Bonusprogramm der Krankenkasse mit? Bonusprogramm? Was bedeutet das? Du nimmst an bestimmten Maßnahmen teil, zum Beispiel an Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge, aber auch an Kursen, die gut für die Gesundheit sind, wie Entspannungskurse oder Bewegungskurse. Dafür kannst du Punkte sammeln und die werden in eine Bonuskarte eingetragen, die du bei der Krankenkasse bekommst. Bei einer bestimmten Anzahl von Punkten erhältst du dann eine Prämie, zum Beispiel einen Heimtrainer, ein Trampolin oder eine Fitnessmatte. Du kannst dir die Prämie auch in Geld auszahlen lassen. Und? Fährst du jetzt nur noch mit Helm? Ja, seit meinem letzten Unfall, bei dem zum Glück nichts Schlimmes passiert ist, nehme ich immer den Helm. Das machst du ja schon lange. Stimmt. Auch wenn es manchmal super unpraktisch ist. Es ist aber einfach zu gefährlich auf den Straßen. Ich verstehe dann nur nicht, weshalb man so wenige Radfahrer mit Helm sieht. Weißt du, wenn Fahrradhelme gesetzlich vorgeschrieben wären, würde sich das ändern? Stimmt. Man muss sich erst daran gewöhnen. Bevor es die Anschnallpflicht im Auto gab, hat sich ja auch keiner angeschnallt. Wie war denn gestern dein Kundenbesuch? Ganz gut. Obwohl ich zu spät zu dem Kunden gekommen bin, ich habe die Adresse des Kunden zuerst einfach nicht gefunden, trotz GPS. Letztendlich war er aber sehr freundlich und hat viele Möbel bei mir bestellt. Auch mit den etwas gestiegenen Preisen war er einverstanden. Es gab nur ein kleines Problem mit den Lieferzeiten. Da die Herstellung momentan im Urlaub ist, kann es noch vier Wochen dauern, bis einige seiner Waren geliefert werden können. Darüber war er natürlich nicht sehr begeistert. Aber ein paar Sachen, die er wollte, haben wir noch auf Lager. Sag mal, weißt du, was im Moment im Kino läuft? Nein, ich habe keine Lust mehr ins Kino zu gehen. Bei uns auf dem Land haben die kleinen gemütlichen Kinos alle zugemacht. Dort bin ich gerne gewesen. Jetzt gibt es nur noch ein megagroßes neues Filmtheater. Da laufen seit Wochen nur Filme, die mich alle überhaupt nicht interessieren. Nein, ich schaue mir lieber zu Hause Filme an, auf DVD oder im Internet. In Ruhe und ohne Werbung. In unserer Reihe Städte der Zukunft möchte ich mich heute mit Herrn Struck vom Büro Aquastadt in Köln über Wohnen auf dem Wasser unterhalten. Eine eigentlich nicht so neue Idee, wenn man zum Beispiel an Hausboote denkt. Sie sehen es aber als Perspektive für den Städtebau der Zukunft? Ja, wie Sie schon sagten, Hausboote oder auch Hotels auf Schiffen gibt es natürlich schon. Ich meine aber hier Wohnungen auf dem Wasser nicht als touristischen Freizeitspaß, sondern denke an ganze Wasserstädte in Zeiten des Klimawandels. Auf dem Gebiet der Energieeffizienz wird ja viel geforscht. Häuser werden erdbebensicher gemacht und so weiter. Aber an die Folgen von Hochwasser und Überschwemmungen wird beim Bauen noch zu wenig gedacht. Nur wird der Meeresspiegel weiter ansteigen und auch in Deutschland werden wir es mit Hochwasser zu tun bekommen. Schwimmende Häuser, wir nennen sie auch Aquahäuser, können sich den unterschiedlichen Wasserständen anpassen. Wie ist die Idee für diese Städte auf dem Wasser entstanden? Schwimmende Häuser gibt es ja schon seit Jahrhunderten, zum Beispiel in Vietnam. Aber noch nicht in einem wirklich großen Maßstab. Niederländische Architekten haben jetzt eine Technologie entwickelt, mithilfe derer man große Flächen bebauen kann. Dass diese Idee aus den Niederlanden stammt, ist nicht erstaunlich. Sind die Niederlande doch ein Land, von dem große Teile unter dem Meeresspiegel liegen und das immer schon Pionier in der Bekämpfung von Wasserkatastrophen gewesen ist? Heute sind sie Pionier im Export dieser Technologie. Gibt es denn in der Praxis schon ganze Stadtteile auf dem Wasser? Ja, ein bekanntes Beispiel hierfür ist Eibürch, ein neu gebauter Stadtteil im Osten von Amsterdam. Auf schwimmenden Plattformen stehen hier ganze Häuserblocks mit Gärten und Garagen. Dort wohnen bereits über 20.000 Menschen und fühlen sich sehr wohl. Und sind diese Wohnungen bezahlbar? Es gibt Einwände, dass nur wenige sich diese Wohnungen leisten können. Aber je mehr dieser Wohnungen entstehen, umso schneller könnten die Preise sinken. Und Mieten sind immer auch ein politisches Problem. Hier ist die Stadtpolitik gefragt. In Eibürch zum Beispiel gibt es auch Wohnungen, die dem sozialen Wohnungsbau unterliegen. Und wie denken Sie, wird diese Entwicklung weitergehen? Der niederländische Architekt Kuhn Oltheis hat hier noch weitere Visionen. So plant er in Zusammenarbeit mit der UNESCO Projekte in armen Wohnvierteln, die nah am Wasser liegen. Wenn es gelingt, notwendige Einrichtungen wie Schulen oder sanitäre Einrichtungen stabil auf schwimmenden Plattformen zu errichten, könnten diese in die armen Wohngebiete gefahren werden. Und wie sehen Sie die Chancen für Deutschland? Schwierig, vor allem juristisch. Denn ein Haus auf dem Wasser gilt hier nicht als Gebäude, sondern unterliegt dem Wasser- und Schifffahrtsrecht. Hier braucht man viele Genehmigungen. Wie sich das mit dem Wohnungsrecht vereinbaren lässt, ist unklar. Aber hier bin ich leider kein Spezialist. Auch wenn wir das jetzt nicht klären konnten, vielen Dank für diese interessanten Informationen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Radio Antenne Nord. Heute geht es um die Frage, sollen die Geschäfte auch sonntags geöffnet haben? Darüber wird ja schon seit vielen Jahren geredet. Auch wir hatten ja schon mehrere Gesprächsrunden dazu. Mein erster Gast im Studio ist Frau Wagner. Sie hat eine Stelle in einem Möbelhaus. Frau Wagner, was ist Ihre Meinung? Ja, guten Tag. Naja, ich weiß, alle reden heute von einer vollkommenen Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Aber ich bin dagegen. Wissen Sie, ich hätte keine Lust, auch noch sonntags arbeiten zu müssen. Ich arbeite als Verkäuferin und weiß, wie stressig das ist. Mindestens einen freien Tag in der Woche braucht man einfach. Herr Kowalski, Sie sind Student der Betriebswirtschaft und schreiben gerade eine Diplomarbeit über die Folgen einer vollkommenen Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Sehen Sie das ähnlich? Nein, gar nicht. Betriebswirtschaftlich braucht der Einzelhandel einfach weniger Reglementierung. Die Konsumenten kaufen gerne sonntags ein, dann haben sie Zeit. Das machen sie dann online. Verkaufsoffene Sonntage helfen gegen die Konkurrenz aus dem Internet, die den niedergelassenen Händlern ja Gewinne wegnimmt. Bei uns, ich komme aus Polen, dürfen die Geschäfte sonntags öffnen. Wenn es in anderen Ländern ohne strenge Regelungen funktioniert, warum sollte das in Deutschland aber wäre es nicht wünschenswert, wenn die Konsumenten selbst beschließen könnten, wann, wo und wie sie kaufen? Aber da hat sich ja schon vieles verändert. Früher hatten die Geschäfte abends bis 18.30 Uhr geöffnet. Samstags war um 14.00 Uhr Schluss. Heute ist das ja schon alles liberalisiert. Es gibt Supermärkte, die bis 24.00 Uhr aufhaben, auch samstags. Der einzige wirklich freie Tag ist für viele Arbeitnehmer nur noch der Sonntag. Aber der Arbeitnehmer ist doch auch Konsument. Ist das wirklich ein Widerspruch? Das muss kein Widerspruch sein. Viele Arbeitnehmer arbeiten gerne sonntags und es sagt ja niemand, dass sie mehr arbeiten müssten, wenn die Geschäfte sonntags auf hätten. Sie würden ihre Arbeitszeit nur anders verteilen. Nur stellen Sie sich mal vor, die Ladenöffnungszeiten werden voll liberalisiert. Was ist dann der nächste Schritt? Alle anderen Sektoren der Wirtschaft würden dasselbe Recht in Anspruch nehmen. Irgendwann würde es überhaupt keine festen Ruhetage mehr geben. Wenn es keine Regelungen mehr für die Öffnungszeiten von Geschäften geben würde, dann würde das schnell auch andere Arbeitszeiten betreffen. Irgendwann müssten wir dann wahrscheinlich alle auch am Sonntag arbeiten. Aber auch heute gibt es schon in vielen Bereichen Ausnahmen von einem Verbot der Sonntags Arbeit. In der Gastronomie und im Pflegedienst zum Beispiel ist Sonntags Arbeit normal. Und es ist nun wirklich nicht so, dass es hier keine Regeln geben würde. Ja, aber das sind immer noch Ausnahmen. Und würden die sich durchsetzen, wäre das ein Problem. Finden Sie denn nicht auch, dass ein Ruhetag, Qualität des Einzelnen erhöht? Ich weiß nicht. Wissen Sie, was mich wundert? Viele Deutsche finden es doch toll, wenn sie im Urlaub in anderen Ländern auch sonntags einkaufen können. Aber hier zu Hause sind sie dann dagegen. Aber das ist der Punkt. Man findet es toll, weil man im Urlaub ist. Aber nach einer stressigen Arbeitswoche braucht man einen wirklich freien Tag. Liebe Studiogäste, danke für Ihre Beiträge. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Rufen Sie uns doch an. Unsere Telefonnummer ist 0800 2456 333. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Annette Schmidt vom Institut für Familiencoaching. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem kleinen Vortrag zum Thema Fernbeziehungen. Zuerst einmal zur aktuellen Situation. Man geht davon aus, dass in Deutschland heute ungefähr 10% aller Paare in einer Fernbeziehung leben, also in einer Beziehung, in der die Partner räumlich so weit voneinander getrennt leben, dass sie sich nicht spontan treffen können. Sie können natürlich immer telefonieren oder skypen, aber reale Treffen erfordern verbindliche Absprachen und Organisationen und das kann schwierig sein. Ursachen für eine Fernbeziehung sind einmal natürlich berufliche. Die sich verändernde Arbeitswelt verlangt Flexibilität. Es ist immer möglich, dass ein Partner woanders arbeiten muss als der andere. Aber auch private Umstände führen dazu, man wohnt an unterschiedlichen Orten, lernt sich dann im Internet kennen und ist noch nicht sicher, ob man zusammenziehen möchte, wer seine Wohnung aufgibt und so weiter. Eine Fernbeziehung ist also in der Regel keine Beziehung, in der man sich bewusst entscheidet, getrennt zu leben, um seine Unabhängigkeit zu bewahren und um sich zurückziehen zu können, wann immer man das möchte. Sie ist eher eine Lebensform, die von außen bestimmt wird. Wie kann nun das Leben auf Distanz über längere Zeit funktionieren? Ganz wichtig ist, dass man sich der Situation stellt und versucht, die Vorteile zu sehen. Denn die gibt es. Man kann sein eigenes Leben führen, ohne auf einen Partner Rücksicht nehmen zu müssen. Man sollte aber unbedingt die eigenen Kontakte weiter pflegen und nicht nur mit zu hohen Ansprüchen darauf warten, dass man sich endlich wieder sieht. Wie in jeder Beziehung können zu hohe Erwartungen an den Partner negative Auswirkungen haben. Wenn Sie sich nur ein oder zweimal im Monat treffen können, ist regelmäßiger Kontakt per Telefon oder Skype natürlich wichtig. Tauschen Sie sich aus, berichten Sie Alltag, seien Sie wie sonst auch. Vermeiden Sie das Gefühl zu vermitteln, Sie wollten nur kontrollieren, was der andere macht, ob alleine ist, noch treu ist und so weiter. Das heißt nicht, dass keine Gefühle vermittelt werden sollen, aber die sollten ehrlich sein. Wenn es Probleme gibt, sprechen Sie diese an. Konflikte werden in Fernbeziehungen oft vermieden, da man so wenig Zeit füreinander hat. Aber selbst Sachen, die man vielleicht banal findet, wie ob man die Fahrtkosten zu den Treffen teilt, können zu Problemen führen, wenn man nicht darüber redet. Zum Schluss vergessen Sie auch nicht, Pläne zu machen. Nicht nur Pläne für den nächsten Urlaub, sondern auch für die Zukunft Ihrer Beziehung. Wann könnte man wieder zusammenleben, unter welchen Bedingungen? Fernbeziehungen können funktionieren. Das zeigen unsere Erfahrungen. Eigentlich ist eine Fernbeziehung der wirkliche Beziehungstest. Wenn diese Beziehung gut läuft, hat sie auch Potenzial für die Zukunft. Potenzial für eine in Anführungszeichen normale Beziehung in einem gemeinsamen Haushalt. Ich interessiere mich für eine Mitarbeit im deutsch-ausländischen Freundschaftsverein. Ich war letztes Wochenende auf ihrem Stadtteilfest und ich finde, das sollte man regelmäßig organisieren. Was muss ich machen, um Mitglied in Ihrem Verein zu werden? Kommen Sie einfach die nächsten Tage bei uns vorbei. Dann können wir Ihnen alle unsere Projekte vorstellen, uns kennenlernen und Sie können das Anmeldeformular unterschreiben. Wir können Ihnen aber vorher schon eine Broschüre zur Arbeit unseres Vereins zuschicken oder Sie kommen heute Nachmittag, wenn Sie Zeit haben. Die Projektgruppe Feste trifft sich um 14 Uhr. Gefällt dir das neue Stadtmuseum? Der Umbau hat ja ziemlich lange gedauert. Ja, ich war am Samstag bei der Eröffnungsfeier. Ich finde, das lange Warten auf die Neueröffnung hat sich gelohnt. Wie das Museum wirkt, wenn man davor steht, ist Geschmackssache. Ich persönlich finde, dass es zu viele Dekorationen und Ornamente gibt, das ist mir zu überladen. Aber die Räume sind viel größer, heller und moderner als früher und vor allen Dingen ist das Museum ein Mitmachmuseum geworden. wie Geschichte und Jahreszahlen sollen so mit Leben gefüllt werden. Multimedial gibt es viele Ausflüge in die Vergangenheit. Hallo Ilona, wie war deine Woche? Ach, nicht so toll. Ein Gast hat sich wieder einmal über das Frühstück bei uns im Hotel beschwert. Es ging nicht um die Qualität, sondern mal wieder um den Preis für das Frühstücksbuffet. Klar, 16 Euro sind viel Geld, aber bei der Anmeldung sage ich immer, dass niemand Wir können auch à la carte abrechnen. Man muss dann nur zahlen, was man konsumiert hat. Irgendwie verstehen die Gäste das manchmal nicht, weil es diese Möglichkeit in vielen Hotels ja gar nicht gibt. Die Bundesregierung plant neue Regelungen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. So soll Telefonieren mit dem Handy am Steuer richtig teuer werden. Die bisherige Höhe der Bußgelder halten viele Autofahrer immer noch nicht davon ab, während der Fahrt zu telefonieren. Bußgelder von weit über 100 Euro sind geplant. Auch für Fahrradfahrer gilt, wer beim Radfahren mit dem Handy am Ohr oder in der Hand telefoniert, muss mit einem höheren Bußgeld als in der Vergangenheit rechnen, auch wenn dieses niedriger ausfallen wird als bei Autofahrern. Hallo Sly. Hm, das könnte ich mir vorstellen. Aber abwarten, es gibt ja noch ein zweites nicht einfaches Staatsexamen und alles wird ja noch einige Zeit dauern. Jetzt erst einmal das erste bestehen. Wirst du im Urlaub viel lesen? Ja, ich muss Bücher für meine Prüfung lesen, nehme aber auch Romane mit, Bücher, die mir sehr gut gefallen. Die Bücher für die Prüfung nehme ich als E-Books mit. Ich finde E-Book Reader sind praktisch, weil man nicht mehr so viele Bücher mit sich herum schleppen muss. Aber Bücher, die ich wirklich gerne lese, Romane und Kurzgeschichten habe ich gern als Bücher in der Hand. Ich liebe es, sie anzufassen, die Seiten umzublättern und es ist auch besser für die Augen. Bei uns im Studio ist Axel Scheer. Von der Projektgruppe Rettet das Stadtteil Kino West. Er möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer um Unterstützung für dieses Kino bitten. Herr Scheer, ist Ihr Kino jetzt auch vom Kinosterben betroffen? Ja und nein. Ich möchte gerne erst einmal etwas zum Begriff Kinosterben sagen. Richtig ist, dass die Zuschauerzahlen in vielen Filmtheatern zurückgehen. Aber Kinosterben, das sehe ich differenzierter. Klar, seit es das Internet gibt, haben die Kinos Probleme. Man kann heute auch die neuesten Filme zu Hause sehen, über zahlreiche legale Streaming-Dienste. Auf der anderen Seite entstehen immer größere Kinos, Kinos mit dutzenden Sälen und hochwertiger technischer Ausstattung, zum Beispiel für 3D-Filme. Kleinere Kinos können dann nicht mehr konkurrieren? Genau. Es sei denn, wir werden attraktiver. Wir wollen eine Begegnungsstätte werden. Ein Ort, wo man sich trifft, um gemeinsam Filme zu sehen und wo man sich hinterher in angenehmer Atmosphäre über die Filme austauschen kann. Dazu planen wir, den Eingangsbereich umzubauen. auf die man sich setzen konnte, um auf den Anfang der Filme zu warten. Aber das alles war nicht sehr einladend. Wir möchten im Eingangsbereich ein gemütliches Café mit einem einfachen, aber hochwertigen gastronomischen Angebot errichten. Schon wenn man das Kino betritt, soll man sich wohlfühlen, damit man dann unser breites internationales Angebot an Filmen genießen kann. Und das kostet natürlich Geld. Ja, da die staatliche Förderung vieler Projekte immer schwieriger wird, wollten wir zuerst mit anderen kleineren Kinobetreibern aus der Region zusammenarbeiten und uns eventuell zusammenschließen. Das führte allerdings nicht zum gewünschten Erfolg, sodass wir uns für das Konzept des Crowdfundings entschieden haben, einer noch nicht so lange existierenden Methode Spenden zu bekommen. Viele Initiativen im Kultursektor haben damit schon gute Erfahrungen gesammelt. Und wie funktioniert Crowdfunding? Eigentlich wie ein Spenden Aufruf im Internet, aber mit einigen Unterschieden. Über die Plattform Start Today stellen wir uns und unser Projekt in einem Video persönlich vor, nennen die Summe, die wir für die Umbauarbeiten benötigen, das sind konkret 6000 Euro und den Termin, bis wann das Geld zusammenkommen muss. Wer unser Projekt wichtig findet und uns finanziell unterstützt, wird Teil eines Unterstützer oder auch persönlich hier bei uns austauschen. All das ist etwas anderes, als wenn man anonym spendet. Noch etwas zum Begriff. Crowd ist die Menge von Menschen, die mitmachen. Funding bedeutet auf Deutsch Finanzierung. Bekommt man etwas zurück? Auch wenn man bei unserem Crowdfunding Projekt keine finanzielle Gegenleistung erwartet, erhalten die Unterstützer für ihre Mitwirkung an der Realisierung des Projekts ein kleines Dankeschön. Wer zum hält eine Freikarte für einen Film seiner Wahl, wer 40 Euro gibt, eine Freikarte und einen Essensgutschein. Für höhere Spenden gibt es auch Überraschungspakete und so weiter. Das alles können Sie auf der Start Today Seite sehen. Übrigens sollten die 6000 Euro bis zum 1. Mai nicht erreicht werden. 1200 Euro sind schon eingegangen, zahlen wir allen Spendern den Betrag, den unsere Kampagne ja jetzt schon viele Kontakte geknüpft, die nicht verloren gehen. Vielleicht finden wir mit diesen Menschen dann eine andere Möglichkeit. Aber gehen wir erst einmal davon aus, dass wir es schaffen. Und wenn nicht aufgeben werden wir nicht. Herzlichen Dank, Herr Scher, für dieses Gespräch. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In unserer Talkrunde Männer und Frauen geht es heute um das Thema Gleichstellung im Beruf. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, so steht es ja im deutschen Grundgesetz aus dem Jahr 1949. Aber immer noch gibt es bei der Bezahlung und bei den Aufstiegsmöglichkeiten erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Zu diesem Thema hatten wir in der Vergangenheit schon viele Talkrunden. Heute sind meine Gäste Arno Baumgärtner, Angestellter in einem Handelsunternehmen und Susanne Leuker, die gerade ihr Universitätsstudium der Soziologie abgeschlossen hat und in der Initiative Pro Quote aktiv ist. Frau Leuker, vielleicht fangen Sie mal an. Pro Quote, das hat doch etwas mit der Frauenquote zu tun. Vielleicht stellen Sie einmal kurz Ihre Initiative vor. Ja, gerne. Es gibt ja auch in Deutschland inzwischen gesetzliche Regelungen, nach denen die Leitung großer Betriebe zu einem bestimmten Mindestprozentsatz von weiblichen Mitarbeitern besetzt werden muss. Das gilt aber nur für wenige und sehr große Unternehmen. Wir möchten, dass das ausgeweitet wird. Betriebe und auch Leitungsgremien in anderen gesellschaftlichen Bereichen müssen verpflichtet werden, ihre Führungsgremien zu einem bestimmten Prozentsatz mit weiblichen Mitarbeitern zu besetzen. Herr Baumgärtner, was meinen Sie? Ja, also, natürlich bin ich dafür, dass Frauen Posten in Führungspositionen besetzen sollen, aber nicht mit einer festen Quote. Entscheidend ist doch, ob die sich bewerbende Person für die Stelle geeignet ist und nicht ihr Geschlecht. Betriebe können doch bei ihrer Personalpolitik nicht von außen zu etwas gezwungen werden. Aber wir sehen doch, dass sich auf freiwilliger Basis nichts ändert. In den 200 größten deutschen Unternehmen sind weniger als 5% aller Vorstandsmitglieder Frauen, obwohl sie für eine Führungstätigkeit ebenso qualifiziert sind wie die Männer. Und an Universitäten liegt die Zahl der Professorinnen gerade mal bei 15%, auch wenn die Frauen genauso gute Abschlüsse gemacht haben wie ihre männlichen Kollegen. Bei uns an der Uni ist das Verhältnis sogar noch schlechter. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen gar keine Führungsposition einnehmen wollen. Weshalb? Nicht wegen mangelnder Qualifikation, sondern weil es sehr schwer ist, Familie und Beruf zu vereinbaren. Hier muss sich vieles verbessern. Es müsste eine flächendeckende, bezahlbare Kinderbetreuung geben. Den Männern dürfen keine Nachteile entstehen, wenn sie eine Zeit lang aus dem Beruf aussteigen, um sich um die Kinder zu kümmern und so weiter. Hier sind Gesetze erforderlich, aber nicht für die Wirtschaft. Bei einer verbindlichen Quote müssten wir jetzt entweder Frauen überzeugen, eine Stelle zu besetzen, obwohl sie das gar nicht wollen, oder, was viel wahrscheinlicher ist, Frauen einstellen, obwohl sie nicht ausreichend qualifiziert sind, nur um die Quote zu erfüllen. Es ist ja alles richtig, was Sie sagen. Nur, wenn es normal wäre, dass Frauen genauso über die Unternehmenspolitik entscheiden wie Männer, dann können hier auch neue Modelle entstehen, zum Beispiel eine Kinderbetreuung in den Betrieben, andere Arbeitszeitmodelle, die für Frauen und Familien mit Kindern nötig wären. Die Unternehmensleitung würde diese Probleme jetzt endlich erkennen und man könnte wichtige Entscheidungen treffen, um hier in den Betrieben etwas zu ändern. Wie verhält es sich denn mit anderen Punkten, die für das Thema Gleichstellung im Beruf wichtig wären? Zahlen beweisen ja, Frauen verdienen immer noch 20 Prozent weniger als Männer. Auch hiergegen könnte endlich etwas getan werden, wenn Frauen in größerem Maßstab endlich die Politik der Unternehmen mit entscheiden könnten. Ich finde, das ist ein anderes Thema und hat mit einer Frauenquote nichts zu tun. Es fängt ja schon bei der Berufswahl an. Frauen arbeiten immer noch traditionell in Bereichen, die schlechter bezahlt werden, zum Beispiel im Bereich Erziehung und in Dienstleistungsberufen. Und in diesen Branchen verdienen Männer auch nicht so gut, auch wenn diese Unternehmen von Frauen geleitet werden. Frau Leuker, Herr Baumgärtner, wir werden diese Diskussion sicher fortsetzen, müssen aber leider für heute zum Ende kommen. Was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Rufen Sie Meine Damen und Herren, mein Name ist Jens Schuller von der Initiative Rettet die Wölfe. Wenn man an Wölfe denkt, denkt man oft an die menschenleeren Landschaften im nördlichen Amerika oder in Sibirien. Auch wissen wir, dass inzwischen einige Wölfe auch in den Wäldern Ostdeutschlands gesichtet wurden. Dass man aber Wolfsspuren auch am Stadtrand von Rom, an den italienischen Mittelmeerstränden und auch in Spanien und Frankreich fand, ist kaum bekannt. Wölfe waren auch bei uns früher keine Seltenheit. Sie lebten Jahrhunderte neben dem Menschen und mit dem Menschen zusammen. In Harmonie wäre zu viel gesagt, aber man lebte mehr oder weniger friedlich nebeneinander. Das änderte sich, als die Menschen der Viehzucht nachgingen und es immer häufiger vorkam, dass Wölfe das Vieh der Bauern anfielen und auffraßen. Der Wolf wurde zum Konkurrenten des Menschen. Wölfe wurden erbarmungslos gejagt und vor ungefähr 150 Jahren vollständig vertrieben. Wolfsfamilien hat man übrigens in Deutschland nicht nur in den Wäldern Ostdeutschlands gesehen, sondern auch in Bayern und in anderen Regionen. Die Erfahrung zeigt, dass Wölfe sehr gut in unterschiedlichen Lebensräumen zurechtkommen. Auch die Nähe menschlicher Siedlungen stört sie nicht, solange es ausreichend Gebiete gibt, in denen sie Ruhe haben und ungestört ihre Jungen groß ziehen können. Wie alle wilden Tiere sind sie sehr scheu und ängstlich. Wenn man während eines Waldspaziergangs wirklich einem Wolf begegnen sollte, was äußerst selten wäre, sollte man sich ruhig verhalten. Der Wolf wird sich dem Menschen normalerweise nicht nähern. Kranke Tiere können sich allerdings anders verhalten, sodass natürlich immer Vorsicht geboten ist. Wölfe sind für eine nachhaltige Pflanzen- und Tierwelt wichtig, indem sie den Bestand an pflanzenfressenden Tieren wie Rehen und Hirschen, aber auch an Wildschweinen kontrollieren können. Damit Nutztiere wie Schafe oder Ziegen nicht von Wölfen angegriffen werden, bedarf es vorbeugender Maßnahmen wie spezieller Elektrozäune und tiefer Gräben. Um Konflikte zwischen Wolf und Mensch zu vermeiden, sind Informationen erforderlich. Auf diesem Gebiet ist der Naturschutzbund Deutschland e.V. NABU besonders aktiv. Er setzt sich auch für die Erhaltung geeigneter Lebensräume für Wölfe ein. Zuverlässige Informationen sollen auch gegen falsche Vorstellungen helfen. Für viele Menschen ist der Wolf immer noch Symbol für das Böse, unterstützt durch Märchen wie das vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Andere wiederum lieben den Wolf und verharmlosen ihn. Indem Daten komplexes Bild über das Verhalten und die Lebensweise der Wölfe in Deutschland vermittelt werden. Es gibt auch zahlreiche Workshops und landesweite Bildungsprojekte zum Schutz des Wolfes. In Broschüren und im Internet werden Tipps gegeben, wie der Mensch sich verhalten sollte, wenn er wirklich einmal in freier Natur einem Wolf begegnen sollte. Am Infotisch können Sie gerne aktuell erschienene Publikationen mitnehmen, gerne gegen eine kleine Spende. Vielleicht haben Sie auch Lust, unsere Initiative aktiv zu unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.